Mein Name ist Björn Gröning und ich betreibe die Schokoladerie Hamburg am Mühlenkamp 3 in Hamburg-Winterhude. Wir vereinigen Manufakturen unter einem Dach und handgefertigte Waren von Schokolade über Pralinen ganz unterschiedlicher Herkünfte und haben dort ein breites Sortiment an Tafelschokoladen, Pralinen, Trüffel. Wir können speziell für Unternehmen handgefertigte Waren und Produkte zu hochwertigen Präsenten mit individueller Note kreieren, unter anderem zum Beispiel mit druckfertigen Banderolen, Verpackungen etc.